Darf ich mich vorstellen? Darf ich mich setzen? Darf ich mich dazu setzen? Darf ich mich ausruhen? Darf ich mich umschauen? Darf ich mich hier hinsetzen? Darf ich mich neben dich setzen? Darf ich mich neben sie setzen? Darf ich mich zu dir setzen? Darf ich mich hier neben dich setzen? Darf ich unterbrechen? Darf ich reinkommen? Darf ich mitkommen? Darf ich rauchen? Darf ich eintreten? Darf ich vorangehen? Darf ich duschen? Darf ich anfangen? Darf ich mitmachen? Darf ich wiederkommen? Darf ich kommen? Darf ich raus? Darf ich rein? Darf ich helfen? Darf ich Alkohol trinken? Darf ich etwas sagen? Darf ich hier rauchen? Darf ich das essen? Darf ich das verwenden? Darf ich hier fotografieren? Darf ich dich fotografieren? Darf ich zuerst gehen? Darf ich jetzt heimgehen? Darf ich dir helfen? Darf ich fragen, warum? Darf ich es anfassen? Darf ich das mitnehmen? Darf ich englisch sprechen? Darf ich dich umarmen? Darf ich es versuchen? Darf ich etwas essen? Darf ich hier bleiben? Darf ich dich zitieren? Darf ich dich dutzen? Darf ich ins Bett gehen? Darf ich ihr Telefon benutzen? Darf ich dieses Buch ausleihen? Darf ich heute Abend fernsehen? Darf ich euer Ticket sehen? Darf ich Ihren Führerschein sehen? Darf ich dich morgen besuchen? Darf ich deinen Bleistift benutzen? Darf ich dieses Wörterbuch benutzen? Darf ich dich etwas fragen? Darf ich einige Fragen stellen? Darf ich den Stabsauger benutzen? Darf ich draussen spazieren gehen? Darf ich mit dir tanzen? Darf ich meinen Mantel ausziehen? Darf ich nach Hause gehen? Darf ich eine Dose öffnen? Darf ich eine Pause machen? Darf ich dein Ticket anschauen? Darf ich ihr Ticket ansehen? Darf ich das Fenster öffnen? Darf ich die Speisekarte sehen? Darf ich meine Familie mitbringen? Darf ich ein Foto machen? Darf ich diesen Kuchen essen? Darf ich deine Hand halten? Darf ich mir das ausleihen? Darf ich dir etwas zeigen? Darf ich zur Toilette gehen? Darf ich fragen, wieso nicht? Darf ich eine Alternative vorschlagen? Darf ich fragen, wo du arbeitest? Entschuldigen Sie, darf ich bitte vorbei? Darf ich sie nach Hause begleiten? Darf ich mir dein Fahrrad ausleihen? Darf ich heute deinen Wagen benutzen? Darf ich mir deinen Regenschirm ausleihen? Dürfen wir hier schwimmen? Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir uns tutzen? Dürfen wir während der Pause rauchen? Wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir dürfen nicht den Mut verlieren. Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Wir dürfen das Grundgesetz nicht verletzen. Darfst du schon Alkohol trinken? Ich würde gerne zu dollen. Ich würde gerne Termin gehen. Ich würde gerne hier bleiben. Ich würde gerne hier nicht. Ich würde gerne schwimmen gehen. Ich würde gerne Gitarrist werden. Ich würde gerne alleine reisen. Ich würde gerne alleine bleiben. Ich würde gerne allein sein. Ich würde gerne mehr tun. Ich würde gerne ein Auto mieten. Ich würde gerne mit dir tanzen. Ich würde gerne meine Eltern anrufen. Ich würde gerne zwei Fragen stellen. Ich würde gerne ein Sparkonto eröffnen. Ich würde gerne dieses Kleid anprobieren. Ich würde gerne das gleiche bestellen. Ich würde gerne nach Hawaii gehen. Ich würde gerne deine Meinung hören. Ich würde gerne was Süßes essen. Ich würde gerne einen Platz reservieren. Ich würde gerne eine Katze haben. Ich würde gerne ein Lied singen. Ich würde gerne mit dir reden. Ich würde gerne in Europa leben. Ich würde gerne deinen Namen wissen. Ich würde gerne mein Zimmer wechseln. Ich würde gerne über deine Situation sprechen. Ich würde gerne tun, was du tust. Ich würde gerne wissen, wo du bist. Ich würde gerne wissen, was es ist. Ich würde gerne wissen, was du tust. Möchten sie mit mir kommen? Möchten sie mit mir ausgehen? Möchten sie mit mir schwimmen gehen? Möchten sie mit mir zum Bahnhof gehen? Möchtest du gehen? Möchtest du hineinschauen? Möchtest du mitkommen? Möchtest du Zucker? Möchtest du Geld? Möchtest du Schokoladeneis? Möchtest du kündigen? Möchtest du Fernsehen? Möchtest du etwas kuchen? Möchtest du Karten spielen? Möchtest du darüber reden? Möchtest du Persisch lernen? Möchtest du Vater werden? Möchtest du Pommes dazu? Möchtest du mich küssen? Möchtest du keinen Zucker? Möchtest du meinen Rat? Möchtest du keinen Tee? Möchtest du Tee oder Kaffee? Möchtest du ins Kino gehen? Möchtest du sonst noch etwas? Möchtest du noch einen Kaffee? Was möchtest du? Welches möchtest du? Welchen möchtest du? Welchen möchtest du? Was möchtest du essen? Wofür möchtest du das? Was möchtest du trinken? Wohin möchtest du gehen? Was möchtest du werden? Wie viel möchtest du? Warum möchtest du sterben? Was möchtest du kaufen? Was möchtest du kaufen? Wo möchtest du sitzen? Worüber möchtest du sprechen? Wo möchtest du leben? Was möchtest du wissen? Wann möchtest du gehen? Was möchtest du zukünftig machen? Wie viel Geld möchtest du? Warum möchtest du Krankenschwester werden? Warum möchtest du Krankenpfleger werden? Wir möchten weitere Informationen Wir möchten dich nicht verletzen Wir möchten dich verletzen Wir möchten doch erst mal!'